Ringe-Ringe-Reihe! Oh Gott! Boah! Das war geil! Es geht los! Ein weiterer Einsatz der glorreichen Helden. Sie droppen auf die Erde, nicht die Erde, aber es ist sowas ähnliches. Nein, natürlich nicht was ähnliches, aber wir werden siegreich sein. Es geht los, auf in den Kampf, auf in den Kampf! Ihr unfassbaren Helldivers, noch einmal droppt, noch einmal! Willkommen zurück zu Helldivers, mit dabei einer Kick, Spiley und der Bourjois-Monsieur-Lexeur ist ein alter Bekannter. Der wird schon uns verstehen. Au! Au! Ja! Ja, genau! Drei Stunden später. Willkommen zum neuesten Update, Live-Drop zum Planeten. In drei Stunden sind wir da. Wir spielen mit Inge-Boys, es kann sein, dass die alle zu leise sind. Und los geht's! Wir spielen in Stufe 7! Oh! Na toll, super Sache! Scheiße! Boah! Meine Güte! Es fängt ja super an hier! Äh, Titan! Ich wollte nicht springen! Ich wollte nicht springen! Ich wollte nicht springen! Boah! Er lebt immer noch! Holt mich mal jemand rein! Beili, nimm den Raketenmeer von Schießendem auf den Arsch! Er hat's ja nicht! Er hat's ja nicht! Anfrage bestätigt! Verstärkung ist unterwegs! Die Demokratie ist erladet! Okay, jetzt schnell! Ähm! Positioniere PIN! Südöstlich! 100 Meter! Oh, ne 10 von 10! Grandios! Aaaah! Viel in der Nähe! Seltene Probe gesammelt! In der Kopf! Scheiße! Scheiße! Nein! Oh, den Verstärkung an! Oh, das ist ein blablablo! Auf mit dem Gefecht! Wie wär's mit einem schönen Haufen? Nein, nein! Geht's doch nicht! Wuhuuu! Guck mal, da ist schon wieder so ein Wurm! Was für ein Wurm? Hier, da, da, guck! Warte, ich muss mal einen Raketenwerfer finden! Die gibt es nicht! Das ist alles feindliche Propaganda! Ja, okay, gut, dann geh ich jetzt einfach weiter! Wo ist ein Wurm? Zeig mal! Hier! Komm zu den Eiern! Da! Kennzeichne Position! Restlich! Ach ja! Hab ich schon mal gesehen! Wir tauchen jetzt ab da auf! Für Alien Artefakte interessiert ist ein Ketzer! Bestimmt sollen da die Verstärkungen herkommen oder sind das die Tunnelgräber oder so? Gut, dann machen wir erstmal die Nester und dann gehen wir das Fitnessstudio zerstören, wollte ich sagen! Das ist das geheime Labor! Was für ein Krantius auf oben? Ja, ich weiß! Geh mir in Deckung! Ja, mach mal! Ja! Mach Streubomben! Mach Streubomben! Dreubomben drauf! Cluster! Nexer, go away! Ja! Changi! Honabo! Retreat! Rückzug! Noch eine! Noch eine! Noch eine! Boah! Puh! Das ist aber knapp! Boah! Beauty dann! Hau doch alles drauf! Ja, wir haben ihn! Okay, jetzt push, push! Hast du noch Granaten? Jo, jawohl! Einfach rüber in die Kadaver klettern! Scheiße, da musst du... Wollen du Cluster nochmal? Hast du nochmal? Hier, das Loch reinwerfen bitte! Oh, shit! Okay. Nexer, close the... I don't have grenades! Close the... The holes! Ich fühle den Wolf dann! Oder so. Scheiße! Oh Mann ey, dieser blöde Sack! Hahahaha! Alter, hier brennt die Loben, ey! Magatin leer! Vordere Verstärkung an! Vordere Vorreiter an! Sehr gut, sehr gut! Sehr gut, sehr gut! Komm her! Räder! Magatin leer! Überdeckung, in Bedeckung! Boah, scheiße! Da ist noch ein Charger zu rechten irgendwo! Keine Ahnung, irgendwo ist der! Boah, die haben sich gerannt! Paketenschlag! Broken Arrow, Broken Arrow! Oh! Mein Gott, Walter! Okay, jetzt das Labor! Leer ausdrückt ihr Lappen! Lade nach! Hol' mal die Höllenbombe! Hier! Oh, scheiße! Natürlich auf mich! Das hat dem... Das ist ihm einfach egal! Charger hinter euch! Charger, Charger! Behind! Gar pure durch, Nee! Da, ne, ne! Ja... De gab's den... 段 der Schuss! Den wir hören,تم der Schuss! Das gibt's doch nicht! carrying mir ausdrückt! azione officially! Ta, ne, ne! Nicht.. Hellbomb, Hellbomb Lexa, run! Oh scheiße. Okay, jetzt zum nächsten Ziel. Hier ist noch ein Backloch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, weiter, weiter, weiter. Alle gestorben. Zeigt mir den Preis! Nein, das ist eine Unterstützung! Er fährt! Er fährt! Er fährt! Er fährt uns ab! Er fährt! Er fährt! Er fährt! Er fährt! Fährt doch nicht! Ist gar nicht kaputt gegangen, das Labor. Was war das denn für eine Hellbomb? Ich gehe ins Terminal. Hüllen unbeschafft, Gebiet räumen. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, Junge, oh, Junge. Geht doch. Oh, welle, ha. Markiere Karte, südlich, 300 Meter. Das sind noch Proben. Positioniere PIN, nord-estlich, 100 Meter. Markiere Karte, südlich, 200 Meter. Positioniere PIN, südlich, 300 Meter. Hab was gefunden. Vorräte. Okay. Ha, Kinderspiel. Stress, keine Sekunde. Unüberlegtheit, niemals ein, ein Moment. Granate? Für den Zaun? Werf, werf! Meine Güte! Ja, dreinhalb ist gut, bis sie aufgeht. Hab eine Probe! Letzte, schnell, Spurbein. Danke. Hab was gefunden. Vorräte. Südwesten. Was geht denn da? Ist das ein Idiotitan? Oh Mann. Oh, oh, oh. Äh, halt mal. Komm mal da. Ist das dieser, ist das der Felsen? Wir benötigen ein Geschäft. Was ist los? Der, der Penis, oh, hinter uns ist, der Dildo? Ja, ich glaub's. Markier mal. Ja. Aber wir müssen erst die Stalker. Ja, dann greift mal das Nest an. Achtung. Achtung, da kommt unser Geschütz. Pass aufs Friend, die Feuer auch vom Geschütz. Scheiße. Okay. Ich geh das Nest angreifen. Scheiße. Scheiße. Einreit, Massenkontrolle. Scheiße. Nein. Ja, es hat noch gesessen. Bitte noch eine Unterstützung. Verschlagung. Äh, das ist aber nach hinten. Ihre Position. Südlich. Anfrage bestätigt. Verschlagung ist unterwegs. Also es wird ausgelöscht. Bitte gestimmt. Auch wenn's gefecht. Südlich. Das sind noch Proben im Loch gewesen. 50 Meter. Ah ja. Okay. So, wo ist der Penis? Der Dildo? Baili, wo war der? Baili? Moment, ich hab grad Probleme. Schönen wir. Ich hab gerade. Na, noch nicht. Ich hole dir mal einen Rucksack einrad, dann kannst du mich auch nachladen. Ach du Scheiße! Scheiße, ich bin ja leer! Einrad, lad mich nach! Okay, ist kaputt. Massenkontrolle, Einrad! Gibt's doch nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir müssen die Eier zerstören, wir müssen durch. Cover me, Lexa! Kommt direkt zu euch, Flora! Okay! Kommt zurück! Mach es nicht leer! Okay. Schick ein Adler rein! Okay, schnell rein da! Los! Eier zerstören! Oh Scheiße! Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren! Ringe, Ringe, Reihe! Oh Gott! Boah! Das war geil! Mac meldet sich zum Einsatz! Los, los, los! Das war jetzt gerade wie in dem Warhammer Dawn of War Intro! Nein! Nein! Tu's nicht! Keine Raketen, wenn wir in der Nähe sind! Na gut, dann geh du da oben rein! Mach du die Eier weg! Hörscher hinter uns! Hörscher hinter uns! Hörscher hinter uns! Kur'h! Schick in Beine! Auf Treatment! Na gut, daノnd auf Sundahren wird. Schick in der Nähe! Ja! Rauch aus Volkaren! Man bleibt verläuft! Hörscher hinter uns! In Deckung! Ja! Schön. Schwarmnest zerstört. Wir haben noch irgendein Nest vergessen. Ach du Scheiße. Meine Güte. Nein, Scheiße. Ah. Okay, ein bisschen weiter. Das ist zu viel Verschwendung. Jetzt müssen wir proben und die Sachen wieder einsammeln. Das war knapp. Die Demokratie ist gelandet. Kein App eben. Okay, ich habe alle Proben. Wir haben hier drei Pürscher. Drei Stück. Ja, bitte Luftunterstützung. Lade nach! Da muss irgendwo das letzte sein. Ja, ja, los geht's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Markiert. Markiert. andere Position. Südlich. Ich hab keine Granate. Ich hab keine Granate. Ich aber. Ich hab. Wachloch. Geht westlich. In der Nähe. Hältene Probe gesammelt. Geht weiter. Geht weiter. Ich hab leider keine Macs mehr. Meine Dreadnought sind alle. Ja bitte geschützt! Ein Rad nachladen. Team Nachladen erforderlich. So wirklich? Nein. Da kommt noch einer oder irgendwas Mammtes. Bitte Luftunterstützung. Ja. Ruhe. Komm nur. Nimm das. Okay, weiter geht's. Schicke einen Auslager rein. Ja, die benötigen ein Geschütz. Hast du Granaten, Beili? Du musst das Loch schließen. Jede Menge. Dann los. Soll ich 500 Kilo-Baufe bei der Haft? Nein, ich bin mittendrin. Zölle. Zölle. Okay, weiter. Zum nächsten Nest. Okay. Ja, damit können wir arbeiten. Proben ist okay. Ein Radrunnen, nimm noch einen Supply, wenn du willst. Vorräte. Jawohl. Weiter. Ah ja, das ist schön viel Stress. Los, los, los. Aufschließen, aufschließen. Weiter geht's. Ihr Mann, wollt ihr ewig leben? Nein, für die Demokratie. Gipetto, Dankeschön. Oh, da sind noch mehr Pirscher. Okay, zuerst die Pirscher. Ich seh's schon, ich seh's schon. Gibt's doch nicht. Rechtsviecher. Feindliche Taktikausrüstung? Das ist Propaganda, du kannst nicht schwimmen. Wunderbar. Weiter zum Nest. Durchbruch. Wer trägt das Dicke drauf? Kennzeichne Positionen. Nee. Wo? Boah. Bitte warnen. Ich will den Hügel da weghaben. Ja, bitte geschützt. Wir benötigen ein Geschütz. Geh rein da. Alter, die kommt durch den Nebel. Sie haben Clown, die ein Brett zu spät entfetzen können. Niemand hat so Granaten. Komm mit. Da ist ein Loch. Lauf durch, ich tötle. Kostet ein wenig Demokratie. Lager schieb mir. Cluster hier rein. Einrad, Cluster. Broken Cluster, broken Cluster. Oh, eine Probe. Ach du Scheiße. Das ist schon alles. Inwägung. Magazin leer. Haha. Dann hauen wir mal ab. Positioniere Pin. Seht feste. 100 Meter. Ein Kinderspiel wie jedes Mal. Ja. Ein Rad auslöschen. Herr, bitte Luftunterstützung. Jawohl. Herr, bitte Luftunterstützung. Oh, scheiße. Voll daneben. Boah, der hat uns alle weggerammt, ne? Hast du noch einen Schuss, Eibrat? Ja. Voll nicht hin mir, hinten. Lauf nicht mir nach. Das ist sehr gut, sehr gut. Jetzt auf den Bio-Titan. Schieß auf den Kopf, Einrad. Schieß auf den Kopf. Oh Gott. Stöhnen. Mach den Kopf. Oh Gott. Ja! Oh ja, das können wir jetzt super gebrauchen, ey. Oh, scheiße. Nicht auf die Plattform stellen. Ihr müsst die immer ein bisschen runtersetzen. Anfrage bestätigt. Das war noch nicht ab. Bereit zu befreien. Ja, bitte geschützt! Ankunftszeit D-1. Ihr benötigt Ihren Geschütz! Ja, bitte Luftunterstützung. Soll er zu laufen? Boah! Boah! Okay, das war's mit Verstärkung. Jetzt komm ich nicht in meinem Raketenwerfer. Ich mach euch nur umstormen, Scheiße. Ankunftszeit D-1 Minute. Kostet ein wenig Demokratie! Erbitte Orbitalschlag! Erbitte Orbitalschlag! Wie wär's mit einem schönen Hauptenfreiheit! Erbitte Orbitalschlag! Erbitte Orbitalschlag! 4hBugger! Erbitte Orbitalschlag! Ich schicke ein Nadler rein! Da ist er! Erbitte Orbitalschlag! Nachladen benötigt! Das ist Demokratie! Ja bitte, Luftunterstattung! Mordelunterstattung! Rein ins Schiff! Die Proben! Rein, rein, rein! Die geile Proben! Nicht warten! Rein, rein, rein! Lexa! Wietwiet! Baguette Croissant Eiffelturm! Nein! Jump! Jump! Ein Kinderspiel! Und siegreich, ohne in Panik zu geraten! First Try! Wir haben kein Leben verloren! Wir sind immer noch die Ersten von der Trainingsmission bis hierhin! Ungestorben, ungebrochen! Eine weitere Mission! Unfassbarer Helldiver wurde abgeschlossen! Unfassbar! Meine Güte! Drei Pirschernester! Am besten nur noch Pirscher! Ja! Keine anderen Gegner mehr! Nur Pirscher! Ja, was macht denn so viel Spaß? Sonst wäre es ja zu leicht! Äh, das war Schwierigkeit 7! Wunderschön! Das war mal eine richtig gute Runde! Ähm! Ah! Das war richtig, richtig gut! Boah, das mit dem, mit dem Mac hätte ich gern gesehen! Warte los! Aus eurer Betriebe! Du warst einfach direkt neben mir und ist alles gestorben! Wir haben mit dem, mit dem, mit dem... Glockenzeichen! Glockenzeichen! Was ist es so einfach? Leute sind immer wieder klein! Das waren jetzt wieder klein! Man hat das Fahrrad nicht! Du warst einfach! Du warst einfach! Du warst das! Du bist du anfangen kannst!